Im letzten Video habe ich auch gesagt, ich nehme jetzt mal, ähm... Save Piru, das Pflanzen-Pokémon, damit Lapras, damit ich da mal Lapras einsetzen kann überhaupt. Ich habe Lapras noch nie eingesetzt. So, gegen wen spielen wir? Oh, okay. Bitte nicht in der ersten Runde rausfliegen. Bitte, 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 bitte. So, dann sollte Lapras in der zweiten Runde eigentlich voll aufgefüllt sein. Oh. Haha. Platz oben. Und aus was. Lapras, Leiste voll. Okay, nehmen wir. Ähm, für alle, denen es jetzt aufgefallen ist, dass es einigermaßen ruhiger ist. Ja, es ist so. Ich habe ein paar Einstellungen vorgenommen am Spiel. Ähm, zum einen Game Zone natürlich leiser gestellt. Und vor allem die olle Quasselstrippe Nia mal ein bisschen ausgeschaltet, weil die ging mir auf den Sack. So, gewinnen wir? Gewinnen wir? Wir gewinnen. Wir gewinnen. Und, das gibt dreieinhalb Sterne. Ich schaffe es nicht auf mehr. Ich schaffe es nicht auf mehr. Ist nicht möglich. Ah, wieder eine Stufe hoch. Das ist cool. Hier, machen wir Angriff mal auf fünf. Halbfinale erreicht. Das ist sehr schön. Gegen Wind, gegen Wind, gegen... Die da unten... Ich habe Blabrass immer noch nicht eingesetzt. Jetzt aber. Könnte mich jemand erinnern? Vielleicht du? Oder du? Kommt, direkt gekrallt. Und ab dafür. Oh, 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 oh. Da hat sie mich, da hat sie mich. Oh, 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 oh. Komm, schau. Zack, zack, zack. Okay, die will es wissen. Oh, 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 oh. Hey, yeah. Au, 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 au. Au, au, au. Komm, komm. Die stehen noch? Na warte, jetzt reicht's. Das war ein sehr schöner Kampf. Ich hab ordentlich daneben gehauen. Ich hab drei Sterne geholt. Das war ein nice battle, genau. Und das Finale. Was ist das? Gegen Macho Mai? Macho, Macho, Macho Mai. Okay. Okay. Don't you just get all wrapped up before a battle? Round 1. Oh. 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 Oh! So! So, er ist da unten, läuft für uns gut. Obwohl, man merkt schon, dass jetzt ein bisschen anstrengender werden, die Gegner. Was ist das? Man merkt das. Komm. Na, komm schon. Und, go fight. Gut, dass es so einfach wäre, hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte, ein Turnier hat ein bisschen mehr dahinter. Ich stecke ein bisschen mehr dahinter. Ah, dreieinhalb Sterne. Gut. Gut. Wir machen hier mal ein bisschen Verteidigung rein. Ich meine, ich will schlussendlich werden... Dominator der grünen Liga. Immer schön grün bleiben. Du hast ein neues Titel. Königliche Aura. Du passt gut auf. So viel steppfest. Auch weiterhin viel Erfolg. Danke, du Loser. Das ist ja mal eine schöne Zahl. Die sollte ich mal auf meinem Konto haben. Das wäre doch was. Ach ne, jetzt gibt es auch noch Klamotten für sie. Na toll. So, das sieht doch gut aus. Ähm, können wir jetzt hier... Moment. Nein. Nein. Okay. Rangprüfung. Direkt. Nö, von Nervosität keine Spur. Rangprüfung. 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 Alles klar, Travis. Ich potz dich von der Platte. Ich seh schon, komm, jetzt verliere ich. Schon, weil ich gesagt habe, ich putze ihn von der Platte. Oh. Rangprüfung. Oh, halt. Hör auf. Hör auf. Habe ich dich. oh 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 gib sie ihm ei 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 ah es war knapp es war knapp ha leben getroffen okay die kämpfe jetzt doch schon einiges anspruchsvoller boah voll rein hier und gewonnen ah herrkampf war doch schon einiges härter das gebe ich zu insgesamt 15 kämpfe gewonnen oh millionär ey 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 nicht abschmieren ey 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 abschmieren ich abschmieren du azul de kim Something is coming this way. Some kind of black Pokemon? A black Pokemon? Okay. Kämpfe ich jetzt gegen Mewtwo? Also gegen das schwarze Mewtwo? Nein, echt jetzt? Hm, ich auch. Schlechtes Gefühl, sehr schlechtes Gefühl. Oh, das verfolgt mich auch nicht. Phasenwechsel? Oh, das viel Leben. Oh, das viel Leben. Oh, 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 hör auf, hör auf. Oh, Gott sei Dank. Oh, 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 hör auf. Let's come schon, come schon. So, draufhauen, 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 draufhauen. So lange draufhauen, wie geht's? Aufzuflocken. Oh, 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 oh. Das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Nein, 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 nein. Oh Leute, das war ein harter Kampf Meine Daumen Ich habe meine Daumen durchs Pack gedrückt Was das, was das, Mewtwo? Es war nicht der richtige Kugel Es gab all sorts of rumors And then there's that trainer Are you both okay? I've never seen a Pokemon Suddenly appear and attack like that That was little unexpected Congrats on going up to C-Rat Genau, da ging gerade beinahe die Welt runter Aber egal Ich gratuliere dir zum Gewinn vom D-Rang Ja, das ist ja Toll Und ich weiß, ich habe D gesagt Obwohl da C stand Das ist mir egal Ich habe den D-Rang jetzt komplett abgeschlossen Und bin jetzt erst Anfang C Führt ein wenig einen Distanzangriff aus? Ah, Knochenmerang Und Schaufler stürmt auf den Gegner zu Und greift von unten an Das kleine Ferkel Unstraum Temporäre Limitstärkung und Resonanzanstieg Mittel Nicht schlecht Werte temporäre Distanzangriffe ab Regeniere K.P. schwach Ei, da gibt's noch mehr Äh, Temporär Temporär Verteidigungsanstieg K.P. Renegation auch schwach Und bleibt stehen Und greift bei Annäherung an Verteidigung sinkt Hm, das könnte schon mal nützlich sein Ah, ah, ah Ja, wohl Liga gucken Ich bin kein Neuling mehr Das ist die Rechte Okay, ein Liga-Match liegt noch drin Das haben wir noch weg Also ich hoffe doch Dass ich's noch weghaub Höh Ich sollte das mal ändern Dass ich da auch andere reinnehmen kann Egal So Hey, boolee Ach, du quatsch Das ist dieses fieses Ding So Ein bisschen Schaden genommen Nur ein bisschen Schaden genommen Nein, ich bleib auf Evolive Auch der Kampf ist geschafft Gute Sache, gute Sache Zweieinhalb Sterne Schlechteres Freund Warum das wohl? So Amy Ich verspreche euch Beim nächsten Video Habe ich das geändert Dann habe ich mal ein bisschen andere Helferlein drin Oh Alter Das kann ich auch Das kann ich auch Ja Jetzt hier Ab geht's Reicht das? Das sieht schlecht aus Nein Nein Hat nicht gereicht Oh 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 Du machst mir keinen Schaden mehr Perfekt So muss das sein Ja Wieder Wieder nur dreieinhalb Sterne Ich krieg nur dreieinhalb Sterne Es geht ja mal gar nicht hier Und ich habe Zeugen dafür Und ich habe Zeugen dafür Dass ich kämpfe Wie ein Allerbeste Ja Glücksbonus Oh Ich habe ein neues Hemd Wow Nikolas Das ist mal eine neue Welt Die gefällt mir Wer hat jetzt hier Er hat Er hat Ich hoffe das bin ich Ja das bin ich Der austeilt Okay Hier Ich brauche gar nicht bloß zu ploppen hier Oh Puh. Zappify. Mein kleines Helferlein. Hab dich. Das bringt jetzt auch noch viel. Das kann ich nämlich auch. Nein, jetzt hat er mich noch erwischt. Ein Punch mitten ins Maul. Ins Maul. Wieder nur drei Sterne. Ich könnte kotzen. Gut, 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 gut. Pick where you want to assign your skill points. Das war, das war a great match, huh? Uh. Wie geht es um die Rüchte, huh? Das schwarze Pokémon hat wieder gesehen. Du denkst, das ist derjenige, der mit dem Poké... Das ist derjenige, ja. Wie denkst du, dass sie Sinn... Ich hab's weggehauen, ja? Ja. Ein bisschen zu viel Geschichte. Okay. Okay. Zwei Gegner noch. Nach den zwei Gegnern ist die Zeit auch schon wieder um. Aber das folgt dann später. Da. Pika, Pika, Pikachu. Das haben wir auch weg. Hoffe ich doch. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Gib sie ihm. Komm her, du kleines Ding. Es lernt fliegen. Oh. Au, 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 hallo? Erwischt. Man hört's mir vielleicht nicht an, aber ich komm ins Schwitz haben. Oh, 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 oh. Der K Minute. Ha, ha. Ja. Ja. Haha. Perfekt. Vier Sterne, vier Sterne, ich hab vier Sterne, vier, vier Sterne. Die Leute, die Leute. Kämpfe gegen die Leute. Noch einmal, weil es so schön war. Und ja, ich denke jetzt mal nicht, dass das Hillary heißt. So, dann. Oh, hauen wir weg. Oh, 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 oh. BAM BAM, BRATZ und PUI! Mein kleines Helferlein! AJAK! Oh! Sag mal, spinnt du oder wie? Geht doch! Geht doch! Die nächste Runde ist... Alright! Keep that up for the next battle! Round 2! Bunt! Komm! Komm! Okay! Okay! Sorry, that's a bot! Back! Oh, jetzt komme ich ja immer nur noch auf vier Stellen! Tipptopp, tipptopp! Leute, waren anstrengende Kämpfe! Jetzt werden sie ein bisschen... Ja, schon ein bisschen effizienter! Das ist gut! Ich danke euch fürs Zuschauen! Das nächste Mal machen wir hier weiter beim Liga-Match und danach wahrscheinlich dann noch ein Liga-Match und dann Turnier und dann Rangprüfung! Und mal gucken, ob sich das schwarze Mewtwo nochmal wagt zu zeigen! Wenn ja, wir hauen's weg! Wir hauen's einfach weg! Mit eurer Unterstützung haue ich's weg! Naja, bis dahin! Ich danke euch und bis zum nächsten Mal!